Ich grüße ganz herzlich Martin und Nico von Feuer, Glut und Herzblut, der Grill-Podcast. Mein Name ist Johann Lafer. Feuer, Glut und Herzblut, der Grill-Podcast mit Martin Block und Nico Buch. Ja, hallo. Willkommen zu einer neuen Folge von Feuer, Glut und Herzblut, dem Grill-Podcast. Heute sind Martin mit wieder dabei. Ja, hallo. Und wir nehmen nicht zu Hause auf, sondern sind diesmal wieder ein bisschen gefahren durch Schnee und Schneegestöber und sind in Ingelheim angekommen bei der Weber-Firmenzentrale in Deutschland. Beziehungsweise jetzt sind wir ein paar Kilometer weitergefahren zur Grillakademie hier auch in Ingelheim und haben einen Gesprächsgast, Simone Weber von, ja, Weber. Hallo. Hallo. Der Name Weber ist wahrscheinlich Zufall und nicht irgendwie Erbin oder Enkelin von dem Firmengründer, oder? Leider Zufall. Ich wünschte, es wäre anders. Okay, also keine Firmenchefin, sondern? Marketingdirektorin für Deutschland. Das ist ja fast wie Chefin. Also quasi der Nachfolger von unserem Herrn Palm, den wir hier schon fast in Tradition immer zu Gast hatten. Genau. Er war eigentlich immer ganz stolz, dass er der meistgesendete Gast bei uns im Podcast war. Das hat er jetzt wohl leider ein Ende. Aber mal gucken, wer jetzt den Rekord einstellt. Und ja, aber warum wir da sind. Wir waren zu einer Produktvorstellung, beziehungsweise eine Neuheitenvorstellung. Da und zwar den neuen Genesis 2, beziehungsweise Genesis 2 LX. Und ja, jetzt wollten wir einfach mal ein bisschen fragen, warum ein neuer Gasgrill? Wir von Weber haben uns ja auf die Fahne geschrieben, die perfekten Tools, die perfekten Grills und Zubehör für den Endverbraucher zu entwickeln. Heißt, wir müssen uns kontinuierlich natürlich auch weiterentwickeln. Das ist nichts anderes wie in der Automobilindustrie. Wenn das eine Auto gelauncht wird, in dem Moment geht es weiter, den Motor zu verbessern, die Karosserie zu verbessern. Und genau das haben wir jetzt auch gemacht. Wir haben den Motor verbessert, also quasi neue Brenner eingebaut, die Technik drin geändert. Einfach den ganzen Grill komplett überarbeitet, um auf dem absolut neuesten Stand der Technik zu sein. Weil das A und O ist heute, mit der Zeit zu gehen und dem Endverbraucher immer, wirklich immer das Neueste, das Beste, inklusive technischer Features, wie zum Beispiel iGrill zu bieten. Ja, iGrill ist auch schon ein gutes Stichwort. Beim Auto ist es ja auch so, dass die Displays immer größer werden. Und Sie haben das ja ganz clever gemacht und das integriert. Was ist das Besondere, wenn man den Genesis 2 S benutzt, zum Unterschied, als wenn man das iGrill so benutzt? Wo haben wir jetzt die Vorteile? Der Vorteil ist, beim Genesis 2 LX ist das iGrill schon eingesteckt. Das heißt, man muss das iGrill nicht erst holen, rausholen. Es ist einfach direkt beim Grill dabei, bekommt seine Batterieleistung aus dem Grill. Also das war quasi wirklich, wird daher gespeist. Man muss nicht separat irgendwo nochmal Batterien anschließen und hat einfach kompakt alles in einem Gerät zusammen. Wo liegen jetzt auch, wenn man auf den neuen Grill aufgeht, das ist ja quasi wirklich ein komplett neues Modell, ist kein Facelift, wie man mit dem Auto sagen würde. Wo liegen denn da jetzt konkret die Stärken, dass man sagt, jetzt muss ich mir mal nach sechs Jahren einen neuen Grill kaufen? Sechs Jahre ist ein gutes Stichwort. Im Schnitt sind es alle 6,8 Jahre, wo der Kunde einen neuen Grill kauft. Und in dem Moment haben wir ja komplett überarbeitet. Also der Dreh- und Angelpunkt ist GS4, die neuen Hochleistungsbrenner, die drin sind. Wirklich komplett andere Brenner, andere Dynamik, längere Lebenszeit, zehn Jahre Garantie auf die Brenner. Aber auf der anderen Seite natürlich das verbesserte Anzündsystem, die Flavorizer Bars, die bewährten, haben wir überarbeitet. Wir haben die komplette Technik da drin überarbeitet. Das heißt, wir haben Hitze und Technik getrennt, sodass wirklich die Grills Minimum zehn Jahre Lebensdauer haben, weil einfach alles sauber voneinander getrennt ist, perfekt designt ist. Ja, das ist die Stärke des neuen Genesis in Kombination mit dem neuen High-Plus-System. Früher hat man eine Sear-Stay-Schnur an einem Brenner gehabt. Jetzt quasi haben wir an jedem Brenner eine High-Plus-Funktion. Man kann auf der einen Seite wirklich die Hitze schnell hochziehen, kann das perfekte Steak machen. Auf der anderen Seite aber problemlos, was mit niedriger Temperatur, bisschen Gemüse, sodass man einfach viel mehr Flexibilität mit dem neuen Grill hat. Ich glaube, ihr müsst mich stoppen, ansonsten höre ich hier nie mehr auf, weil es einfach, ich bin total begeistert vom Genesis 2 und 2LX. Ja, wir hatten ja noch die Gelegenheit, uns die Modelle mal anzusehen. Und was ich persönlich ganz gut fand, war, dass man jetzt bei jedem Grill, also früher, wurde ja auch uns gestern erzählt, wenn man da eine tolle Funktion haben wollte, muss man eigentlich immer ein größeres Modell nehmen. Die kleinen, die hatten zwar so die Grundausstattung, aber wenn man zum Beispiel einen Seitenbrenner haben wollte oder irgendeine Beleuchtung oder sonst irgendwas, muss man immer direkt ein größeres Modell kaufen. Und jetzt ist es ja so, dass man zum Beispiel auch mit den zwei Brenner LX zum Beispiel auch einen Seitenbrenner dabei haben kann, wenn man möchte. Und man hat da halt quasi mehr Flexibilität, man nimmt einen kleinen Grill, kann aber trotzdem die Features von dem allergrößten Grill haben, wo man früher, weiß nicht, das Luxusmodell den Summit nehmen musste. Das ist ja eigentlich recht kundenfreundlich geworden. Na, das freut mich, das zu hören. Das war uns ganz wichtig, weil ich meine, ganz viele Kunden, die wollen ein Hightech-Gerät, die wollen einen super tollen Grill, haben aber einfach nicht den Platz dafür. Denkt man mal an Großstädte. Wer kann sich denn da eine riesen Terrasse leisten mit 20, 30 Quadratmeter, um einen Sechsbrenner zu stellen? Und deswegen war es uns ein Anliegen, auch wirklich jedem, wenn er auch eine kleinere Fläche nur hat, die komplette Technik, alle Features zu bieten und hier auch wieder Flexibilität und Kundenzufriedenheit. Das haben wir uns auf die Fahne geschrieben. Draußen gemeinsam genießen, das perfekte Grillerlebnis. Und genau so, ja, das unterliegt jeder Entwicklung, was wir machen, dass wir genau das dann erfüllen am Ende des Tages. Ja, das hat ja schon letztes Jahr so ein bisschen Anfang genommen, dadurch, dass man zum Beispiel für den Spirit 210, den kleinsten, auch das Gourmet-BBQ-System jetzt bekommen konnte endlich. Weil ich habe so diesen Zweigasbrenner von Spirit und habe immer ein bisschen neidisch geguckt zu den ganzen Zubehörteilen, die ich alle nicht benutzen konnte. Und dann seit letztem Jahr ist es dann doch möglich. Und das war schon mal für mich quasi der erste Schritt zu dieser Flexibilität, was ich ganz cool fand. Und ich denke mal, das wird sich jetzt wahrscheinlich auch durch die anderen Produktlinien vielleicht fortsetzen oder darf man da noch nichts verraten? Ich will nicht zu viel verraten, aber klar, natürlich, das setzt sich fort. Wir haben ja dieses Jahr beispielsweise den Kettle Plus noch mit gelauncht, 47er-Holzkohlegrill, der auch das komplette GBS-System drin hat. Also auch da wirklich, wenn man nur einen kleineren Holzkohlegrill will, kleinere Fläche, auch das GBS-System zu nutzen. Und für 2018 nur so viel, wir haben eine wahnsinnig tolle Neuheit für 2018 wieder in petto und die wird genau da dran anknüpfen. Das wäre jetzt die exklusive Gelegenheit, das im Podcast zu verkünden, aber ich glaube, da haben wir keine Chance, oder? Keine Chance, aber wir machen es ein bisschen später im Jahr. Machen wir das dann, dann definitiv verkünden wir das hier im Podcast. Aber im Moment alles noch top secret und ich kann nur sagen, wirklich freut euch, lasst euch überraschen. Okay, Martin. Mein persönliches Highlight als Koch ist ja eigentlich die Garantie auf das Zündsystem, weil wenn man so einen Grill hat, das funktioniert die ersten paar Wochen immer ganz toll und dann ist es vorbei. Und hier gibt es ja eine Garantie. Zehn Jahre. Das ist eine richtig krasse Ansage, wie ich finde. Und man kennt ja, es gibt ja viele Leute, die sich einfach ein Weber wieder kaufen, weil sie so von der Qualität überzeugt sind. Und das stimmt einen ja schon ziemlich froh ein, dass es auch da sogar noch weiter weg aufgeht. Ja, wir haben ja gestern bei der Vorstellung auch gehört, dass die Grills jetzt ungefähr 20 Kilo mehr wiegen, was quasi dem Material geschuldet ist, was jetzt zusätzlich verwendet wird. Und ich meine, allein wenn man den Deckel schon jetzt mal aufmacht und zumacht, das fühlt sich schon, ja, richtig wie so eine richtige Maschine mittlerweile an. Quasi eine Grillmaschine. Für jeden ist jetzt was dabei, noch mehr wie vorher, sollte man mal festhalten, auch preistechnisch. Wenn man eben halt gerade für mich als Gastronomie grillen will, dann reicht vielleicht auch der Genesis 2. Und für den Technikbegeisterten, dann gibt es jetzt auch das richtige Modell, um sich auszutoben. Und wir hatten auch gestern gehört, angesiedelt werden die Modelle so zwischen dem Spirit und dem Summit, wer sich quasi mit dem Spirit noch nicht zufrieden gibt und der aber nicht bereit ist für ein Summit. Was kostet der, 3000 Euro in der Luxusausführung? Ein bisschen mehr. Also wer mehr als 3000 Euro nicht ausgeben möchte, für den ist dann quasi der Genesis 2 bzw. 2LX gedacht. Absolut. Also wirklich angefangen bei 7,99 in ganz feinen Preisabstufungen. Einmal der Genesis 2 LX von 2-Brenner bis zum 6-Brenner und dann der Genesis 2 genauso vom 2-Brenner bis zum 6-Brenner. Also wirklich in ganz feinen Preisabstufungen, sodass jeder für sich das perfekte Gerät findet. Jetzt muss ich noch kurz nachfragen, wo findet der Hörer jetzt diese Aufstellung? Wo kann er jetzt nachschauen? Soll er besser in den Fachhandel gehen oder gibt es da was online nochmal extra zu gucken? Wie wird der Kunde jetzt abgeholt? Wir haben natürlich eine super tolle Microsite vorbereitet auf weber.com. Einfach mal reinschauen. Da kann man sich rund um das Produkt informieren, multimedial. Man kann also wirklich testen, ausprobieren, Deckel öffnen, alles drum und dran schon mal online testen. Und dann, meine Empfehlung, in den Fachhandel gehen und sich die Produkte live anschauen, beraten lassen vom Fachhändler und dann den perfekten Genesis 2 mitnehmen. Und ab wann kann der Kunde dann, ich habe gesehen auf der Internetseite, man kann jetzt schon vorbestellen und ab wann würde er den dann bekommen? Ab wann kann er den quasi im Garten oder auf dem Balkon auf der Terrasse benutzen? Ab sofort. Wir sind seit dem 2.1. liefern wir an die Fachhändler und natürlich auch an die Baumärkte aus. Und wirklich jeden Tag quasi bedienen wir mehr von unseren Kunden, je nach gewünschtem Liefertermin natürlich von unserem Händler. Aber wirklich die Masse unserer Fachhändler ist schon ausgestattet. Wirklich direkt hingehen, inspirieren lassen. Und kristallisiert sich schon irgendein Verkaufsschlager raus? Also irgendwie ein bestimmtes Modell, was besonders stark nachgefragt ist, auch schon von den Händlern? Oder geht das quer durchs gesamte Sortiment, dass da alles einigermaßen gleichmäßig verkauft wird? Beim Hineinverkauf war es ziemlich gleichmäßig. Bei den Endverbrauchern, aber das ist wirklich, wir verkaufen ja jetzt seit einer Woche oder anderthalb Wochen, kristallisiert sich gerade der 3- und der 4-Brenner. Das sind die absoluten Verkaufsschlager, sowohl die Genesis 2-Variante als auch die LX-Variante. Die haben gerade so ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Wir schauen, wer das Rennen hinterher macht. Nochmal kurz für unsere Hörer. Wir haben zwar schon in unserem Blog was über die beiden Grillmodelle oder Grillserien geschrieben. Das LX-Modell ist quasi so ein bisschen das Luxusmodell. Da ist schon immer der Seitenbrenner mit dabei. Die Beleuchtung ist mit dabei und diese High-Plus-Sache ist mit dabei. Beispielsweise auch noch ein höherer Deckel mit dabei. Und das ist die geschlossene Version mit quasi, wenn man unten den Stauraum zumachen möchte. Der Genesis 2 ist die Basis-Variante, ist sehr an modernes Küchendesign orientiert. Ist eine offene Variante, sodass wirklich auch vom Design für jeden das Richtige dabei ist. Okay, ich denke mal, das sind erstmal genug Infos. Wir stehen hier nämlich gerade vor der Grillakademie. Es ist, ich denke mal, höchstens minus 2, plus 2 Grad. So um den Gefrierpunkt. Und ja, wie gesagt, wir haben ja jetzt alle nötigen Infos. Nochmal zum Abschluss so insgesamt zusammengefasst. Es gibt 14 Modelle, glaube ich, wenn man alle Farbvarianten noch mit bedenkt. Und ja, ich denke mal, fängt bei 799 an. Und bis nach oben knapp 3000 Euro. Okay, ja, ich denke mal, Martin, haben wir erstmal einen guten Überblick gegeben. Den haben wir auf jeden Fall. Wir durften auch schon einiges ausprobieren. Das erzählen wir euch dann später. Und bedanken uns für die Einladung recht herzlich, dass wir hier auch mit dabei sein durften. Und schon was testen durften. Und wir haben auch schon lecker gegrillt, aber das erfahrt ich später. Genau, und wir gehen jetzt wieder rein. Und ich glaube, der nächste Gang wartet schon auf uns. Ich auch. Lieben Dank. Ja, wir danken auch und ja, ich sag mal, bis später. Ja, ich sag mal, bis später.